Untertitelung ab 10.11.2021 Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Bewegung, Leute. Den gleichen Weg zurück. Wir kriegen Begleitsschutz hier raus. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Die Siemens lacht. Sie haben ihn. Du hältst nicht durch. Warnung! Weitere Feinde im Anmarsch! Warnung! Warnung! Weitere Feinde im Anmarsch! Warnung! 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 Vierögliche mitfälle! Warnung! Ich hab was für dich. Na typisch. Na typisch. Na typisch. Na typisch. Na typisch. La typischen Falle. Hier haben noch dieateses Geoff屏 hin. Ich habe was gesehen. Das war's für mich. Das war's für heute. Oh, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Gut, schon gut. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hab die beste Auswahl in New York Also kein Geschäft? Ich kann damit leben Sehen Sie sich mal die Baustelle an, auf der die ganzen Cleaners sind Ich hab alles, was Sie brauchen Alles ist gut Nächstes Mal wird's was Werden Sie da draußen nicht übermütig? Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber Denk positiv Ich bin nur heilfroh, dass du daraus Und da hier nicht Ich bin nur heilfroh, aber Ich bin nur heilfroh, dass du dich Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Hey, ich sehe doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. Lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. Das ist eine Klinik. Ich sehe nur einen Klinik. Untertitelung des ZDF, 2020